Freunde was geht und wie es sich gehört, startet der Osnar Vlog. Hat der Typ gerade Vlog gesagt? Natürlich der Osnar Vlog. Nummer 3, natürlich bei mir im Kinderzimmer. Wo sind wir in der Fotostunde los, hab noch nichts gepackt. So gehört sich der Lachs und dann sehen wir uns, wenn es acht geht, Alter. Oh mein Gott. Hey! Was hast du gehabt gemacht? Wir haben es geschafft, Freunde. Freunde, herzlich willkommen in Osnabrück. Ich habe es geschafft. Von der Barfahrt hat man nicht so viel gesehen. Ich bin jetzt hier. Wuzi hat mich abgeholt. Nummer 3, Alter. Osnar Vlog Nummer 3. Wir werden wieder spannende Sachen machen. Stadionbesuch. Und das war es auch eigentlich schon. Geht das nicht an? Hallo! Geht das nicht an? Hallo, du musst das... Alter, wie hell! Hey! So, wir fangen mal an. Ich habe noch gar nicht das Setup hier gefilmt. Also hier natürlich die Lounge und hier natürlich die Ultralounge. Mal wieder die klassische Osnar Luftmatratze. Was Bock springen, Junge. Also auf jeden Fall. Wir sind hier angekommen. Es gab wie angekündigt lecker Pizza. Wir haben Pizza gesnackt, umgechillt und jetzt gehen wir pennen. Morgen wird ein langer Tag, Mann. Dann darf ich Wuzi erstmal zur Schule fahren. Auf jeden Fall. Sehen wir uns morgen. Und die Tage. Ey Leute! Was geht? Ello Jigs ist hier und so. Und jetzt zum ersten Mal ein Pädestiner. Weil dann ist alles los. Oh nein! Ja, guten Morgen aus dem Volvo X60, ihr Freunde. Ich fahr jetzt grad den Wuzi zur Schule. Der Kleine muss noch ein bisschen was lernen. Ich bin ja schon mitten im Leben, wie ihr wisst. Alter, der ist entferntlich, Daniel. Ey, mach die Scheiße aus. Mach die Finzler aus. Alter! Wir entwickeln uns auch weiter. Sonst haben wir durchgemacht. Nächte geht's auf Süßigkeiten. Jetzt stehen wir hier um 7 Uhr morgens auf und fahren den Mann zur Schule. Rise and grind, meine Krieger. Schaut mal by the way, es ist kalt, was der Mann auf dem Kopf hat. Ah, Jo Island. Kommt doch jetzt mal was. Bro, da fahr ich nicht 70. Guck dir die Kurven an. Würdest du sagen, wir sehen uns später? Ja, wir sehen uns später. Leute, morgen eine Stunde hat Arsch im Mund. Der Bruder, der einmal früh aufsteht. Ich kann's euch nur empfehlen. Steht früh auf. Das ist der Hustle. Das ist der Hustle. Da müsst ihr auch nicht tanken gehen, dann fährt das Auto einfach und dann tankt die vorbei. Wie sagt man so schön? Lieber zwei Damen in den Armen, als wir alle in den Armen. Ja, das ist es. Und dann. Und dann. Kleiner, fahr auf in der Schule, gell? Wenn nicht was Schlechtes vom Leben immer, dann fängt es Stress. Aufpassen. Hast du nur das an? Keine Jacke. Ciao. Bis später. Der Gleun, der wird so schnell groß. Oh nee, hier sehen wir schon wieder Stau in Osterbrück. Mann, Mann, Mann. Die verkehrten ganz echte Nasen geben hier. Ah, scheiß auf den Herrn. Nur der eine ist heftig, dieser easy Stretcher. So, liebe Leute. Ich habe jetzt Jan nach Hause gefahren. Nee, zur Schule gefahren. Holy shit. Bin jetzt wieder daheim bei Jan. Schöne mich jetzt hier ein bisschen hin. Wird hier ein bisschen daddeln, ein bisschen Black Friday Shopping, was essen, Kaffee trinken und Co. Und dann den Jan wieder abholen. Und dann gehen wir heute vielleicht noch auf den Weihnachtsmarkt. Ihr werdet da sehen, was passiert. Let's go. Was ist los? Hol Jan von der Schule ab. Auf Süßes, wie es läuft. Großlos war heute Morgen jetzt nichts. Ich habe nur noch was gegessen gehabt. Ein bisschen gechillt. Ja, Freunde. Ich warte jetzt noch auf den Wutzi, bis er von der Schule fertig ist. Hier schon angeparkt. Ey, da ist der Penner. Der Gleuny ist abgeholt von der Schule. Wie war es? Ja, ganz gut eigentlich. Wir wollen jetzt playen. Wir zocken ja den ganzen Tag. Das ist hier noch drin. Ey. Yo, Leute. Wir sind wieder back. Setup steht jetzt. Ihr seht, Fortnite wird runtergeladen. Und dann wird halt ordentlich gedaddelt, wie es sich gehört. Ja, leider nicht sogar ein Setup draußen. Darf man den Hintergrund im Fenster sehen oder ist dann der Wohnort geleakt? Zwölf Sekunden später. Hier wurde gerade aufs Bett gepisst. Au. Von den Dogs. Auf Süß. Bitte helfen Sie, Björn. Das geht ab, Alter. Die Gleune hier. Hat vorhin hier ins Bett gepinkelt. Jetzt kommen sie wieder hin, gell? Wir haben, by the way, kurz ein Powernap gemacht. Fortnite hat immer noch nicht runtergeladen. Leute. Es ist soweit. Jetzt wird gedaddelt. Wo ist er? Oh my God. Wo er läuft? Bist du ja, ne? Ein Feini. Guten Morgen. Was geht? Also, liebe Leute, kurzes Feedback. Was überhaupt hier passiert? In dem Vlog passiert echt nicht viel. Wir haben gestern nur ein bisschen gedaddelt. Wir sind doch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Weil es pisst komplett. Es pisst, glaube ich, immer noch komplett. Aber heute müssen wir ins Stadion gehen. Da haben wir auch Dach im Stadion dann. Deswegen, Freunde, wir sind jetzt wach. Gerade kalt geduscht. Deswegen bin ich so am Start. Rise and Grind. Wir fahren jetzt gleich los zum Stadium. Heute ist wichtig. Drei Punkte Pflicht. Wir sind die Osnabrücker. Mir wird das ziemlich undein aus. Aber ich bin prepared mit der Kaliumütze. Kaltstart. Hau an das Ding. Aus den Startzorn mit drauf. Wir sehen uns gleich beim ersten Bier oder beim ersten Stadion mit einem Live-Übergang. Pröst. Kaltstart. Wann wir uns gut dahinten? Ja. Fünf. Also Stadion Wurst ist da. Erst Bier intus und dann geht es rund. Einen wunderschönen guten Tag aus Kurven! Zählen wir zur ersten Halbzeit 0-0. Es geht besser, aber wenigstens haben wir kein Gegentor bekommen. Danke für die Einschätzung. Warte, das mache ich aber. Die Angriffe auch ordentlich zu Ende spielen. Das ist es. Die Angriffe auch ordentlich zu Ende spielen. Jawohl! Jawohl, Junge! Scheiße! Scheiße, Leute! Nach dem Spiel, das war's. Was sagst du zum Spiel? Ich muss mich hier zusammenreißen, dass ich keine bösen Faden benutze. Wir schauen jetzt, ob noch was geht. Erstmal heimgehen. Wir sind alle ein Stück VfL Osterbrück. Auf jeden Fall doch noch ein bisschen spontanes Sightseeing. Es ist sehr unangenehm, aber hier... Alter! Ja, liebe Leute, heute wird nicht mehr viel passieren, wie auch sonst in diesem Vlog. Wir gehen jetzt noch heim, essen was, dann daddeln wir noch ein bisschen Fortnite und dann fahre ich morgen früh auch schon heim mit der Bahn. Der Dorf von Ameliefer würde man sagen, du willst ja eigentlich nie abfeifen. Das ist ja unglaublich heute. Jetzt wird ja irgendwo noch ein bisschen abgeschimmelt. Und glaube, es ist Dennis Müller. Dennis Föder. Dennis Föder. Ich finde es Töder. Dennis Föder. Gib mal Merch, Alter. Ich weiß nicht die ganze Zeit, warum gibt's den Merch, Mann. Dennis, wo ist der Merch? Dennis von Solis. Ey, Dennis, Alter, wie ist es hier? Wir warten hier. Ich supporte jedes Video. Immer Like, immer Abo. Ey, Dennis, wo bist du? Hey, guten Morgen. Also Freunde, eigentlich letzte Aufnahme hier von uns zwei. Wir haben jetzt gestern Abend noch Fußball geglotzt, bis es nicht mehr ging. Ich bin wieder nüchtern geworden, dann haben wir schön geschlafen, heute aufgestanden, gefrühstückt, Fashion mitgenommen, Kuski raus für die Gastfreundschaft, ne? Der Grand fährt jetzt schon. 10.45 Uhr. Nochmal hier offiziell. Puh. Wir müssen wieder unseren Poolen. Warte, warte, wir müssen wieder. Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und? Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei. Ich bin jetzt 18. Lass dich schmeißen uns nicht raus. Ich bin dein Wingman.